Lockte bisher schon die Politik der offenen Grenze samt bedingungsloser Vollversorgung Migranten aus aller Welt herbei, so soll nach Willen der SPD das Sahnehäubchen-Taschengeld jetzt auch noch erhöht werden auf 150 Euro. Und zwar für alle, auch für judiziert Unberechtigte. Das ist nicht nur das falsche Signal, wie auch CDU-Vize-Frei der Bild sagte. Es zeigt, dass und nicht die realen Sorgen der Bürger sind die neuen Prioritäten der Genossen. Die Ausdehnung einer Vollversorgungspflicht auf vollständig ausjudizierte Fälle von abgelehnten und ausreisepflichtigen Asylbewerbern entspricht weder Recht noch Rechtsempfinden. Das ist der Bevölkerung schlicht nicht mehr vermittelbar, meine Damen und Herren. Dabei sind Hunderttausende abgelehnte Asylbewerber unter Vorspiegelung falscher Tatsachen im Land und müssten die erschlichenen Leistungen eigentlich zurückzahlen. Aber da, die Altparteien, die lassen für ihre Großmut einfach die arbeitende Bevölkerung zahlen. Sie haben den Status der Berechtigung der Unberechtigten erfunden, die Duldung. Ein Attest findet sich gesund genug, um nach Deutschland zu laufen, aber zu krank, um zurückgeflogen zu werden. Bei der Abschiebung tauchen Sie unter, bei der Abhebung von Geld tauchen Sie wieder auf. Der SPD-Arbeitsminister hat erkannt, wofür eine deutsche Arbeiterpartei eintreten muss. Alle die Leute müssen nicht nur weiter versorgt werden, sondern noch besser, 11 Prozent mehr. Wer bitte erklärt, dass den Bürgern diesen Irrsinn, dem deutschen Arbeitslosen, der alleinerziehenden Mutter, dem Niedriglöhner, der seine Rente nicht mehr zusammenbekommt, denen ist längst klar, diese SPD vertritt ihre Interessen nicht mehr. Die sagen sich zu Recht, für die tut ihr alles, für uns tut ihr nichts. Das ist die SPD, die Heizöl und Benzin verteuern will, die einen Spurwechsel für abgelehnte Asylbewerber will, die für nur subsidiär Geschützte mehr Familiennachzug will und die letztes Jahr nicht ausgeschöpfte Nachzugsquote dies Jahr extra nachholen will. Erzählen Sie das dann mal den Wohnungssuchenden, dass wir unbedingt mehr Zuzug brauchen. In Syrien verdient ein Mensch im Schnitt monatlich so 112 Euro, in Afghanistan 40, in Schwarzafrika noch weniger. Wer will noch leben wie Gott in Frankreich, wenn er als Asylbewerber in Deutschland leben kann? Ohne Frau Merkels Willkommenskultur hätte es letztes Jahr über 500 Tötungsdelikte, 1300 Vergewaltigungen, 22.000 Fälle gefährlicher Körperverletzung nicht gegeben. Täter jeweils Flüchtling. Der Anteil der Migranten bei Tatverdächtigen 14 Prozent, bei schwereren Straftaten noch höher, Bevölkerungsanteil 2 Prozent. Bei Ausländern insgesamt über 30 Prozent, bei Bevölkerungsanteil 13 Prozent. Jeder dritte Gefängnisinsasse ist Ausländer. Angriffe auf Polizei, Sanitäter, Feuerwehrleute steigen. Das Dunkelfeld der nicht angezeigten Delikte wird ausgeblendet. Gefährderüberwachung wäre rund um die Uhr zu leisten. Die Zahlen steigen. Aber Minister Seehofer ist ein zufriedener Mann. Aber nicht der Innenminister soll sich sicher fühlen, sondern der Bürger. Und der weiß genau, was in seiner Stadt los ist. Weniger Wohnungseinbrüche, eine Leistung der Regierung, von wegen, erfolgt nur durch kostenaufwendige Prävention seitens der Bürger gegen die Schengen verursachte grenzüberschreitende Kriminalität, tut die Regierung wenig. Weil die Grenzen nicht gesichert werden, müssen die Leute jetzt ihre Haustür sichern. Wenn Ärzte zunehmende Aggressivität beklagen, werden die Eskalationskurse und Sicherheitstrainings angeboten. Natürlich für die Ärzte. Migranten dürfen ausrasten. Wenn immer mehr Bürger Pfefferspray mit sich führen, ist Deutschland dann sicherer geworden? Wenn immer mehr Menschen in No-Go-Areas nicht wagen, hineinzugehen und das dann zum Rückgang der Kriminalität führt, dann ist das vorauseilende Risiko Vermeidung wegen bereits herrschender Kriminalität und geht auf Kosten des Lebensraums der Bürger. Das ist staatliches Totalversagen. Im Sicherheitsranking des Weltwirtschaftsforums ist Deutschland 2017 auf Platz 51, zwei Jahre zuvor noch Platz 20. Wenn Herr Seehofer sagt, Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, ja, meine Damen und Herren, für Kriminelle. Ich danke Ihnen. Dieses Fachkräfteeinwanderungsgesetz, es ist eine Mogelpackung. Es dient gerade nicht dem Zweck, den es zu befördern vorgibt. Was lesen wir da? Keine Beschränkung auf Mangelberufe. Also egal, ob wir die Leute überhaupt brauchen. Hauptsache mehr fremdkulturelle Zuwanderung. Keine Vorrangprüfung. Also egal, ob ein Deutscher den Job machen könnte oder ein Europäer. Hauptsache außereuropäische Zuwanderung. Kein Nachweis der Gleichwertigkeit einer Qualifikation vor Einreise. Ja, erst hier Beginn einer Ausbildung. Also egal, ob überhaupt Fachkräfte kommen, wenn nur mehr Zuwanderung. Kein Arbeitsplatznachweis. Erst hier Jobsuche. Also egal, ob überhaupt Arbeitskräfte kommen, aber bitte Zuwanderung. Und das bei einer europäischen Jugendarbeitslosigkeit von über 20 Millionen. Wo sind da die Initiativen der Regierung für die eigene Jugend? Erst die Bildung an die Wand fahren und dann nach Fachkräften rufen. Na danke sehr. Tatsächlich wird das Gesetz die Armutsmigration unter qualifizierter Anheizen. Pseudo-Fachkräfte aus Afrika als Reservearmee von Niedriglohnsklaven werden die Arbeitsmarktlage für deutsche Arbeitnehmer weiter verschlechtern. Die Folge Lohndumping im Niedriglohnbereich. Engpass am Wohnungsmarkt. Erst hunderttausende Migranten reinlassen und dann Wohnungsmangel beklagen. Überlastung der Städte durch Dauerzustrom in die Parallelgesellschaften. So wird die jetzt schon oft abgelehnte Integration immer aussichtsloser. Man hat es nicht mehr nötig. Das ist unverantwortlich. Und wer nach einem halben Jahr ohne Arbeit bleibt, kann im umgekehrten Spurwechsel Asyl beantragen und dann auf unsere Kosten leben. Schon jetzt werden hunderttausende abgelehnter Asylbewerber nicht abgeschoben. Die illegale Einwanderung läuft neben diesem Einwanderungsgesetz massenhaft weiter. Das Gesetz öffnet nur eine weitere Schleuse. Dann setzt die Arbeitsduldung, ja sogar schon Ausbildungsduldung, die Krone auf. Dieses Spurwechselgesetz hebelt das schon fehlkonstruierte Einwanderungsgesetz nochmal aus. Nichts mehr mit Fachkräften. Abgelehnte Asylbewerber, die gar nicht hier sein dürften, diesen Staat betrogen haben, sollen über das neue Duldungsticket hierbleiben können. Die perfekte Legalisierung des Asylmissbrauchs, ein Zuwanderungsanreiz mit weltweiter Sogwirkung. Sie werden nach jahrelangen Widerspruchsverfahren, Klagen, oft fragwürdig erlangten Duldungen durch ein paar nachgereichte Konditionchen, bisschen Sprache, Ausbildungsbeginn, Jobversuch. Der Ali, der den Dönerspieß aus dem Hinterzimmer nach vorne trägt, der ist in Ausbildung. Sie alle werden zu regulären Einwanderern gemacht, mit voller Aussicht auf Daueraufenthalt und Staatsbürgerschaft. Spurwechsel als Lohn der Lüge, meine Damen und Herren. Dieses Gesetz hebt zum Schaden Deutschlands die gebotene Trennung von Asyl- und Einwanderungsrecht auf. Das dient nicht pragmatisch den Interessen unserer Bürger, sondern missbraucht deren Leistungsfähigkeit für die Wohlfahrt ausländischer Migranten. Die AfD wird das beenden, denn der gefährlichste Fachkräftemangel, den wir in Deutschland haben, ist der in der Regierung. Ich danke Ihnen. Vielen Dank.